Wir sind jetzt hier im Playa Paradiso und essen dann für Mollen. Mollen. Darlina ist bald weg und ich weiß nicht, was ich alleine machen soll. Na, das schaffen wir schon, ne? Es steht leider noch 0 zu 0. Aber man sieht hier sowieso fast gar nichts. Gleich ist es gleich. Tschüss.